Ja, ok. Ah, da ist er doch. Willkommen! Guten Nachmittag! Was war ein wundervoller Nachmittag, oder? Hey du! Das Pipi-Institut und ich sind bereit, bringen wir den Sensor zum Laufen. Mach mir doch mal dein Pipi! 1 und 2 und 3 und Pipi sei bereit! Wenn du dich bei einem Schrein näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Ich weiß jetzt nicht, was er davor noch gesagt hat, weil du es wieder weggedrückt hast. Jetzt sollte ein Ton zu hören sein, wenn sich ein Schrein in der Nähe befindet. Also gut, genug der Erklärung. Wieso probierst du den Sensor nicht einfach mal aus? Seltsam. Der Sensor sollte reagieren, wenn du dich auf ein Schrein zu bewegst. Es sollte ein Schrein in der Höhle am Fuß des Hügels sein, aber er macht keinen Mucks. Haben wir schon. Was? Du hast dich schon gefunden? Im Grunde bin ich gar nicht überrascht. Aber der Sensor wird dir trotzdem helfen können. Vor allem, weil ich ihn entwickelt habe. Ja, ich schätze von dem, was ich so erkläre, bleibt hier gelegentlich nicht zu fähigen, oder? Sekunde. Was hat denn noch? So, hier steht alles drin und das kommt dann hier hin. Aha, sehr schön. Eine Bedienungsanleitung für den Sensor. Na, was sagst du? Kannst du dir jederzeit alles zum Sensor durchlesen, was dich interessiert? Wirf doch einfach gelegentlich mal einen Blick in die Anleitung. Verstehst du jetzt, warum das Pipi so toll ist? Weil ich Spargel gegessen habe. Und was soll ich sagen, während ich auf dich gewartet habe, sind mir neue Funktionen eingefallen. Ich arbeite schon daran, eine davon in einen Prototypen zu verwirklichen. Mir fehlen nur noch ein paar Daten. Du bist sicher ganz beeindruckt von dem, was der Sensor so kann, oder? Wenn du dich mit ihm vertraut gemacht hast, komm mal wieder vorbei, bis dann. Ach, wir haben das auch schon vertraut gemacht. Sag dir mein Bester, ich sag's dir nur ungern, aber dein Pipi ist noch nicht perfekt. Wir sind ja schon 20 cm. Was willst du noch? Im Gegentum. Wer steckt noch weit mehr Potenzial? Ein guter Stück. So perverse, Alter, ey. Allerlei fantastische Funktionen. Folgendes hätte ich da so im Sinn. Besonders empfehlen kann ich ein Teleportmedaillon, mit dem du Teleporter setzen kannst. Und wer da der Pfad des Helden. Oh cool. Sehr cool. Der deine Reiseroute zeigt und der Sensor Plus, der nicht nur Schreine aufspülen kann. Mit diesen Feinheiten wäre dein Pipi der ideale Kompagnon. Das wäre das ideale Szenario. Doch leider sind uns in Sachen Implementierung noch evangs vor die Füße gelegt. Daher benötige ich deine Mitarbeit im Namen des Fortschritts. Sollst du also interessiert sein, deinen Beitrag zu einer wissenschaftlichen Welt zu leisten, dann lass mich nicht warten. Ich würde erst mal den Pfad des Helden bevorzugen. Das Teleportmedaillon. Das finde ich sehr viel wichtiger. Das Teleportmedaillon ist ein famoses Funktionchen, mit dem du an zuvor besuchte Orte schnell reisen kannst. Leider gäbe es ein klitzekleines Problem, das mich von einer sofortigen Implementierung abhält. Sei so gut und reich mir doch bitte rasch dein Pipi her. Das ist das Akala-Institut. So, falls du mir bitte folgen würdest, im Nordosten der Akala-Region, ganz am Rand des Gebiets. Da liegt die bescheidene Einrichtung, in welcher ich meiner forscherischen Betätigung fröhne. Das Akala-Institut. Und unvorstellenderweise habe ich genau dort den Prototypen meines Teleportmedaillons zurückgelassen. Und zu allem Übel kann ich es nicht einfach hin zu spazieren und zu holen. Es sollen dort garstige Gestalten eingezogen sein. Daher müsste ich diese Beschaffung des Teleportmedaillons Prototypen leider in deine fähigen Hände legen. Und wenn du das für mich tust, dann... Ach Moment, ich mache es einfach sofort. Hm, wo war das Ding noch gleich? Ja, hier ist es hier. So, der Teleporter dieses Instituts wäre hiermit aktiviert. Und das bedeutet, dass du dich jederzeit müdelos hierher teleportieren kannst. Der Teleportmedaillons Prototyp liegt im Makala-Institut für dich bereit. Ich erkläre dir auch genau, wo. Du musst nur meinen Schreibtisch finden und deine Natur gleich daneben suchen. Absolut nachher und sicher. Könnten wir eigentlich gleich machen. Ja, wäre schon sinnvoll, ne? Aber eile mit Weile konstrukteurtechnische Kniffe klügeln sich schließlich nicht über Nacht aus. Das Potenzial deines Pipi wartet nur darauf, entfesselt zu werden. Dann den Pfad. Eile bitte. Der Pfad ist eine ungemein nützliche Funktion für alle, die für ihr Leben gerne die Welt erkunden. Das Pipi zeichnet deine Wege auf und die Funktion stellt sich dann grafisch mit dem Bildschirm an. Weil die Routen, die du hier auf deinen Reisen gewandert bist, geritten, geflogen und geschwommen bist. Leider kannst du die Funktionalität erst nutzen, wenn ich die Kartendaten von 15 Scheinen habe. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, das sollte locker machbar sein. Dann mach mal. Bitte? Du hast bereits die Daten, sagst du. Dann gib mir schnell dein Pipi. Dann wollen wir mal werkeln an dein Pipi. Ungefähr 256 Spielstunden, alter Schwede. Das ist heftig. Tantata! Dein Pipi ist da. Du kannst auf deiner Karte jederzeit verfolgen, welche Wege du eingeschlagen hast. Cool, da brauchte man vorher den DLC früher. Ja. Jo, diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Warte mal eine Minute. So, jetzt steht alles drin und das kommt dann hier hin. Aha, sehr schön. Na, wie findest du das? Hier siehst du die Bedienungsanleitung für den Pfad des Helden. Jetzt kannst du dir jederzeit ansehen, wie das mit dem Pfad des Helden so funktioniert. Einfach einen Blick in die Hand und Bedienungsanleitung werfen. Auch wenn du nun den Pfad des Helden sprichwörtlich nachverfolgen kannst, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Dein Pipi ist noch nicht komplett. Das kann auch verbessert werden. Denk daran, ja? Dann wollen wir das letzte auch noch wissen. Ja. Ganz vorzüglich. Du scheinst ja geradezu einen Sensor für vernünftige Entscheidungen zu haben. Mit diesem Sensor kannst du eine riesige Vielfalt an Objekten und Orten suchen. Eben das Extra Plus in Sensor Plus. Ein kleiner Schritt wäre allerdings nötig, um dieses sensationelle Hilfsmittel für dich einzurichten. Und zwar müsstest du dein Handbuch mit fünf verschiedenen Monsterarten für den Pfad des Helden. Haben wir da schon. Fünf. Das ist aber sehr, sehr niedrige Anforderungen. Ja. Guck mal hier. Hab ich schon. Gute Güte. Sag nur, du hast bereits die nötigen Einträge gesammelt. Damit ist der Fall klar. Gib mir bitte Flux dein Pipi. Es wird auch gar nicht lange dauern. Der kommt schnell. Dann wollen wir mal werkeln. Tata-tata. Dein Pipi ist wieder da. Nun zeigt der Sensor nicht nur Schreide, sondern auch eine reiche Vielfalt an anderen Orten, Dingen und Wesen. Du musst nichts weiter tun, als den entsprechenden Eintrag im Heil-Handbuch auszuwählen. Und das wird langsam echt ansprechen. Ja. Jetzt haben wir es auch. Ja. Auch nach Akala, würde ich sagen. Tja, wenn ich ganz ehrlich sein will, habe ich auch ein eigenes Handbuch. Ah. Hier siehst du meine Handbuch-Datensammlung. Tiere, Monster, Materialien, Ausrüstung und Schätze. Alles fein, säuberlich verzeichnet. Kurz und gut, es handelt sich um eine perfekte Version des Hyrule-Handbuchs auf deinem Pipi. Wenn du Interesse hast, wirf doch mal einen Blick auf meine Datensammlung. Juck, diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Warte mal nämlich. Und wie findest du das? Hier haben wir eine Bedienungsanleitung für den SensorPlus. Siehst ja also ruhig jederzeit durch, wie das mit dem SensorPlus genau funktioniert. Tja, auch wenn du nun mit dem SensorPlus die Welt erforscht kannst, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Der Pipi ist immer noch nicht komplett. Das kann noch vermessert werden. Denk dran, ja? Ja. Endlich ist er fertig. Erstmal hier kicken. Bedienungsanleitung Sensor. Ein Ton erklingt, wenn man in der Nähe eines Bandschreins in dessen Richtung blickt und sich ihm nähert. Je näher am Schrein man sich dabei befindet, umso schneller in Folge erklingt der Ton. Allerdings nur so lange, wie man sich bewegt, also nicht stehen bleiben. Durch Drücken von Y auf dem Tatenbildschirm kann das Aufspüren von Schreien beendet werden. Bedienungsanleitung SensorPlus. Ähnlich wie Schreine können auch Dinge gefunden werden, die im Harald-Handbuch verzeichnet sind. Nach welchem von beiden der Sensor sucht, kann durch Drücken von Y auf dem Kartenbildschirm festgelegt werden. Ein Ton erklingt bei der Annäherung an ein für die Suche registriertes Objekt. Soll wieder nach Schreien gesucht werden, muss dazu einfach nur Y auf dem Kartenbildschirm gedrückt werden. Hinweise zum Pfad des Helden. Drücke durch X auf dem Kartenbildschirm, kann im Pfad des Helden ein- und ausgeschaltet werden. Diese tolle Funktion zeigt auf der Karte den Weg an, den man auf seinen Reisen zurückgelegt hat. 256 Wegstunden können so aufgezeichnet werden. Sind diese erreicht, werden die ältesten Wegdaten gelöscht. Besucht man Orte, durch die der Weg bisher nicht führt, entdeckt man dort vielleicht etwas Neues. Kleiner Test. Das ist ja schon viel. Und viel, was wir noch nicht haben. Du hast alles abgegrabt. Ja, da ist noch ein Stück. Was hast du vergessen? Offenbar. Ich habe gedacht, ich hätte das. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall... Oh, guck mal, wie viel lang geritten wird. Wo sind die da schon extrem viel? Jetzt könnte man ein Pipi auf die Karte zeichnen. Ja. Da waren wir auch schon. Okay. Ja, ich finde das cool. Das gefällt mir, der Weg des Hellen. Ja. Hier unten. Kannst du damit auch gehen? Was haben wir denn da gemacht? Wo ist denn das überhaupt? Irgendwo hier. Was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Haben wir da unten links einen Menschen gezeichnet? Ach. In der Kugel? Jetzt sind wir im Untergrund vielleicht. Vielleicht. Sind wir hier im Untergrund auch, denkst teilweise? Oh, das ist... Ne, ist es oben! Oben! Hier! Achso. Deswegen. Aber das ist nicht immer ganz eindeutig... Achso. Wo es ist, ne? Ja. Aber immerhin. Sehr cool. Wieso ist da ein Männchen rechts? Weil wir da geendet haben vielleicht? Achso, da sind wir gerade. Ne, da haben wir geendet. Und wir sind da, ja. Ja. Really cool. Das heißt, da wo wir geendet haben, sind wir gerade. Richtig. Mal gucken, was der hier hat. Da musst du bestimmt wieder zahlen. Hey du, das ist meine Handbuch-Datensammlung. Ah, wahrscheinlich, ja. Alle Rubriken sind vollständig Tiere, Monster, Materialien, Waffen und Schätze. Damit stellt sie quasi die vollendete Version des Cyberhandbuchs auf deinem Pipi dar. Wenn du ein Foto machst, wird das abgebildete Objekt automatisch in deinem Handbuch registrieren. Allerdings sind manche Objekte nur äußerst schwer zu fassen. Es kann also nicht ganz einfach sein, sie zu finden. Unter uns, ich würde dir auch Fotos verkaufen, falls du es mit gewissen Motiven und Schwierigkeiten hättest. Kann ich mir das aussuchen? Guckst du denn so? Das war durchaus kein Kinderspiel, um diese Daten zu sammeln. Sie sind mehr wert als alles Geld der Welt. Du sollst mir dankbar sein, dass ich dir überhaupt was zum Verkauf anbiete. Aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Falls du gerne ein Foto hättest, dann wähle es direkt aus meiner Datensammlung aus und lass es mich wissen, mein Bester. Wir haben ja die Post gerade nicht voll gekauft. Ja, aber warten wir nochmal. Ah. Naja, gut. Weil es war ja zum Beispiel bei Windbreaker so, dass man später nochmal gegen alle Bosse gekämpft hat. Ach so, ja. Es besteht ja... und... Ne, die Titan kam nur, wenn man sie vorher nicht besiegt hat, ne? Ah. Und es besteht ja trotzdem eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das hier auch der Fall ist. Ja. Du musst die Quest erst aktivieren vielleicht dafür. Das Tüftlas Teleport Medaillung. Ne, ist es hier. Ne. Du hast die Falsche aktiviert. Das Tüftlas Teleport Medaillung. Okay. Ich würde sagen, wir gehen aufs Spiel dahin. Nö. Wir kennen uns da ja noch nicht aus. Also ich kenne mich da schon aus. Nicht wie es jetzt ist. Nein, im BOTW. Richtig. Schauen wir mal, was uns für wilde Abenteuer waren auf dem Weg zum Akala-Institut. Ja. So. Da könnte man theoretisch den Schrein da unten auf dieser einen Insel mitnehmen. Welcher? Ja. Der jetzt in dieser Schleife war. Zeigt dir. Ach so, in dem Kreis. Ja. Ja. Da rechts. Eigentlich liegt der ja voll auf dem Weg, ne? Der Turm. Ja. Ja, aber den können wir ja von hier aus quasi jederzeit und da sind sogar zwei Schrein. Da ist Taboras. Ich möchte nach Taboras. Jo. Fliegen wir mal hin. Ich möchte ein Haus. Ich wollte gerade sagen, ein Elfchen oder ein Pferd. Pferd hast du schon. Ja. Da drüben den Schrein können wir dann auch gleich noch mitnehmen. Aber das ist wieder... Wir haben die Himmelsinseln jetzt geplant und sind wieder ganz woanders, aber... Ja. Das ist der Charme von BOTW. Was ist denn das für ein komisches Konstrukt da? Die haben gar nicht viel umgerüstet. Haben die Achterbahn oder... Wir brauchen so ein Lorenschild wahrscheinlich. Möglich, ja. Irgendwas leuchtet da unten, klein grün. Oh. Da unten. Ach da. Das sehen wir gleich. Okay, das sieht nicht aus wie ein Lorenschild. Das ist doch so ein Schreinstein. Oh ja. Ein bisschen rot noch. Der hat sogar eine Quest. Ach, ich hab das Ding mal mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man's gut verkaufen. Aber es scheint nur einfach ein komischer Stein zu sein. Ich sollte schleunig die Manden finden, der dumm genug... Hä? Was ist, willst du zum Projektgelände? Wenn du die Schwebebahn nehmen willst, muss ich eine Nutzungsgebühr erheben. 20 Rubine für alle, ganz ohne Ausnahme. Allerdings kostet nur die allererste Fahrt. Ja oder nein? Nö. Danach kannst du so oft fahren, wie du willst. Ein großzügiges Angebot findest du nicht. Und der Stein da? Oh, interessierst du dich etwas für diesen Stein? Ja, der war auf dem Projektgelände vergraben. Das ist ein seltener Stein. Also hab ich ihn mitgenommen. Ich meine, ich hab ihn als kleines Andenken mitgenommen. Aber wenn du Interesse hast, würde ich ihn an dich abgeben. Kauf ihn jetzt zum Schnäppchenpreis von 100 Rubinen. Das ist mir zu teuer. Auf jeden Fall. Hm, wie wär's denn mit 80 Rubinen? Das ist ein ganz spezielles, einmaliges Sonderangebot. Nur für dich. Geh noch weiter runter. Was? Hey, was soll denn das? Wer? Wer ist sie denn? Hm. Du versuchst doch nicht schon wieder in einem fremden irgendein Schund für einen Haufen Rubinen zu verkaufen. Das Ding sieht aus wie ein zu groß geratener Feuerstein. Das kann doch nicht besonderes sein. Sechst nicht. Nein, 15 Rubinen sollten für sowas mehr als genug sein. Du, nein. Versteh doch. Das ist ein ehrliches Geschäft. Ich hab das Ding ehrlich geklaut. Na gut. Aber dann seh ich mich bitte auch nicht mehr so böse an, ja? Ach so, das ist ja noch. Also gut. Was hältst du von 50 Rubinen? Besser als 100, oder? Ja, nehmen wir. Was? Ich hab es tatsächlich geschafft, diesen seltsamen Stein zu verschärbeln. Ich bin ein Glückspilz. Der drüben ist Dummster. Ja. Das ist großartig. Junge, Junge. Du musst Adleraugen haben. Dieser Stein wird als äußerst wertvoll gehandelt. Es ist definitiv ein guter Kauf. Von diesem Moment an gehört der Stein dir. Bitte nimm ihn hier. Ich lass ihn einfach hier stehen. Du kannst ihn dir jederzeit nehmen, wenn du möchtest. Stimmt, wir müssen erst den Rest finden, ne? Ja. Um dann den Weg gewiesen zu kriegen. Und seine Frau. Mach mir Sorgen, sie bricht dir nicht den Kopf. Madel. Dummster. Mein Freund. Gestern hat sie sich noch glücklich davon gesprochen. Meinst du nicht, du übertreibst ein wenig? Ich kann nicht verstehen, dass du über Mathilda als Umzug besorgt bist, aber... Monari hat mir erzählt, dass Mathilda in letzter Zeit merkwürdig fröhlich ist. Vielleicht zwingt sie sich dazu. Es dauert ja nicht mehr lange, dann wird sie abgeholt. Nun hör mal öff. Durch dein Verhalten machst du Mathilda den Abschied nur um so schwerer. Diese Reise ist ein bedeutendes Ereignis im Leben einer Gerudo, als würde sie uns auch dementsprechend verabschieden. Hast recht. Ein bedeutendes Ereignis, das für große Freie... Oh! Erkunde! Das Bauunternehmen Dummster heißt sie herzlich willkommen. Sind sie auf der Suche nach ihrem Traumhaus? Dann stellen sie sich mit den von uns zur Verfügung gestellten Zimmern selbst eines zusammen. Allerdings müssen sie sich leider etwas gedulden. Wir haben noch nicht geöffnet. Oh! Du bist doch... Oh! Ach Mathilda... Hey! Reiß dich mal zusammen, Dummster! Tut mir leid. Wie du siehst, haben wir gerade viel um die Ohren. So Paula, ich mach mich jetzt wieder an die Arbeit. Vielleicht fällt mir dabei ja noch etwas ein, wie wir es Mathilda leichter machen können. Hm. Hm. Hier war auch eine Göttin zur Not, glaube ich. Zumindest bei Botwe. Was ist denn hier? Was ist er denn? Ach, hier, Kilten. Oder so, ja. Ja, hallo! Es ist eine Ehre, dich an so einem schönen Tag wiederzusehen. Ich dachte, wir sehen ihn nur bei Nacht. Du hast meinen kleinen Bruder Colt den wieder getroffen, stimmt's? Man kann es ganz deutlich riechen. Ich bin ja mal schön lieb zu ihm, auch wenn er nicht für den allerverlässigsten Gesellen zählt. Aber lass mich dich richtig begrüßen. Ich bin Kilten. Ich habe früher aus Monstermatrie allen Dinge hergestellt, die ich in meinem Laden verkauft habe. Aber nachdem ich genug Geld beisammt hatte, habe ich den Stand an meinen Bruder übergeben. Und dann habe ich mir einen langen gehitten Traum erfüllt und mir hier etwas Land gekauft. Das darf er doch gar nicht. Hm. Leider brauche ich den Direktor des Spa-Unternehmens Dummstar und der hat gerade etwas Wichtiges zu tun. Aber nichtsdestoweniger steht der Erfüllung meines Traums kurz bevor. Ich zittere nur beim Gedanken daran vor Aufregung. Und der Traum wäre? Nur unter uns, schon seit ich klein war, fand ich Monster großartig. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist jetzt normalerweise der Moment, wo die Leute sagen... Was? Monster? Ich geh in Pfui. Aber du schenkst erfrischend an, dass da man umzugehen. Nie wunderbar. Natürlich sind Monster Gewalttätige weiterhin fast erklärt. Gibt es etwas Traueriges als Gast zu werden, nur weil man missverstanden wird. Deswegen möchte ich den Leuten Monstern näher machen, damit sie sie irgendwann so lieben wie ich. Das ist mein Traum. Und dafür brauche ich die Hilfe des großen Dummsters. Wenn du endlich Zeit hast, dann sollst du unbedingt wiederkommen. Es gibt ein Monster-mäßiges Spektakel. Ah ja. Das ist wohl der Freak, oder? Ja, aber sowas von. Das ist jetzt ein Grundstück, ok? Der darfst ja doch gar nicht wohnen, er er hat. Keinen Abend, der mit da endet. Stimmt. Oder habe ich da irgendwas missverstanden? Eigentlich... Deswegen dürften auch wir da eigentlich gar nicht wohnen. Dürfen. Hallo? Hallo? Da auf es verlassen. Popunda zerlegt das. Es wird niemals bereut. Einfach mit einer wertvollen Waffe oder einem schönen Schild verbunden. Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Popunda. Der zerlegger! Ja, ha, ha. Ganz fix, heißt es, Hala. Und dein Zeug ist wieder genau, wie es einmal war. Ein bisschen neben 22 Rubine. Möchtest du eine Waffe oder ein Schild? Bitte in den Originalzustand versetzen. Nein, möchten wir nicht. Zurück, wenn du jemand eine Waffe oder ein Schild mit etwas verbunden hast und wieder zerlegen möchtest. Ach, hier ist ein Laden. Okay. Pfeile, Monsteressenz, Bomben... Ach, Pader. Darauf ist verlass. Dummstar verkauft dir was. Das ist unser Motto im Krämerladen vom Bauunternehmen Dummstar. Du bist zum ersten Mal bei uns im Laden. Stimmt's? Bist du hier, weil du die Gerüchte über die Monsteressenz gehört hast? Nein. Es gibt wohl daran, dass wir der einzige Laden sind, in dem man Monsteressenz kaufen kann. Hauptsächlich verkaufen wir nützliche Materialien, die du an deine Pfeilespitzen anbringen kannst. Aber ich habe einen guten Draht zu einem Hersteller, weswegen wir jetzt auch Monsteressenz anbieten. Darauf ist Verlass. Also los, kauf dir was. Erstmal nicht. Wenn du Dinge aus Versehen miteinander verbunden hast, sprich mit Pupunda. Er ist hier in der Nähe. Er kann sie zerlegen und wieder in ihrem Ausgangszustand zurückversetzen. Darauf ist Verlass. Die blabern alle. Ja. Was haben wir denn so? Zeig mal. Ein Waffen? Ja. Zeig mal die 32er-Lanze. Ganz rechts unten. Ja. Ein Gadeschwert ist da drin. Achso. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht interessant wäre. Weil wenn man da noch irgendwas Hartes dran macht hätte, wenn man da zum Beispiel irgendwie so 30er dran macht hätte, das ist die 52, ne? Mhm. Aber wir hätten gar keinen Platz dafür. Richtig. Das ist doof. Ähm, wie wäre es mit dem Ivarock-Herzen da? Mit Irgens, der 35er. Den habe ich doch jetzt schon ein paar Mal zum Draufhauen verwendet, oder? Ja. Sollen wir das abmachen? Ja, mal schauen, ob das dann einfach rumliegt, oder wie genau das? Du kannst es ja nicht aufnehmen, ich weiß ja. Das wäre ganz wichtig. Äh, wie viel bringt das? 21. Das ist eigentlich gar nicht mehr. Schau mal, wie viel das schwarze, äh, äh, Horror-Blind-Horn da bringt. 22. Äh. Da sind die besser und ich glaube, davon haben wir noch einige. Ja. Also das ist okay, das lohnt nicht. Ach, lassen wir erst mal. Ja. Können wir sonst off-speed noch mal schauen und überlegen, was da vielleicht lohnen würde, zu verlegen. Komm mal in den Brunnen rein, ob man da irgendwas mit der Ultra-Hand handigen kann. Ach, nicht. Das sind nur die Fehl. Okay. Oh, die Glocke da oben. Die kannst du bimmeln. Oh. Oh, cool. Da habe ich nicht gerechnet, aber cool. Nee, ich habe gedacht, mal gucken, was passiert. Früher hat man bei sowas ein Herzteil rausgekriegt. Jetzt ist es ein enttäuschender Krok. Ich vermisse die Herzteile. Wo kriegst du jetzt meine Hütte? Wo hast du jetzt eigentlich hingerannt? Wahrscheinlich musst du ja erstmal mit Mathilda helfen. Wo ist die Mathilda? Ach, hier die wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Am. Glaubst du mal? Ich sage mal, bist du etwa ein Freund von meinem Baba? Baba, bis endlich wird er da. Nach so langer Zeit. Ich ziehe mal vor von hier. Deshalb will ich vorher noch ganz viel mit Baba und den anderen spielen. Okay. Alles klar. Das hat jetzt nicht... Warte mal ganz ehrlich. Die sieht so ein bisschen aus wie die Kumulana aus Twilight Princess. So von der Form her. Mit dem langen Hals und sowas. Mit dem Halsband. Ja, aber irgendwie... Was steht denn da in der... Sumsar. Was doch eben. Ach so, das heißt wir müssen wahrscheinlich nicht mit Dumms dazu sprechen. Ja. Ob der im Haus ist vielleicht. Weiß ich da. Im Bauunternehmen. Da steht er doch. Direkt davor. Das ist eine Pappfigur. Ja. Hallo. Hier wird nicht gepennt. Hallo? Oh, hast du deine Unterhaltung mit Direktor... Das ist die gleiche Stimme wie bei Rubelow, ne? Oder? Ja, der hört ja immer eine hohe Stimme dann. Mit Direktor? Du bist da schon beendet? Er schien vorher so beschäftigt und da... Du mir... Was du da nur vor mir reingegangen bist, habe ich hier gewartet und bin dabei eingeschlafen. Ich bin hergekommen, weil die Helfer zum Einsammeln der Soma eben war. Teile suchen und zum Wegschaffen der Trümmern, die auf das Projektgelände des Bauunternehmens gefallen sind. Aber ich bin immer noch müde. Ich werde noch wenig schlafen und mich dann vorstellen. Mach mal. Er ist trotzdem vorm Haus. Wo denn? Vorm Haus. Weil war doch ne Pappfigur. Deine Mutter ist ne Pappfigur. Was möglich. Da. Na sowas. Oh, guck mal, jetzt Summster. Ich weiß, ich habe schon wieder die Stimme vergessen, Kluldiger. Kluldiger war ins Gespräch vertieft und konnte mich nicht richtig um dich kümmern. Darauf ist Verlags Dummster erledigt das. Das ist unser Motto hier beim Bauunternehmen Dummster. Ich bin der Geschäftsführer. Ich bin verwirrt. Das war doch eigentlich Landa, oder nicht? Ne. Früher, ja. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Doch wenn es um mein Kind geht, fällt mir dieses Selbstvertrauen. Meine Tochter Mathilda, weißt du, so liebenswert und sieht meiner Frau Pauda und mir ja so ähnlich. Doch bald wird Mathilda nach Gerudo-Stadt aufbrechen. Die Geburtsstätte meiner Frau, Gerudo, haben ein Gesetz. Bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht? Nun, dann kommt jemand aus Gerudo-Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in Gerudo-Stadt eine große Ehre für eine Gerudo. Und Mathilda scheint sich auch schon sehr darauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Doch ich hatte ja keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ach, bitte verzeih mir meinen Ausbruch. Ich muss zurück zum Projektgelände. Nur zu gern würde ich noch etwas mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, bevor sie abreist. Doch ich habe leider alle Hände voll zu tun. Meine Frau auch. Kann keine weiteren Aufträge annehmen, weil der Umzug sie wohl stark in Anspruch nimmt. Ich wünschte jemand, würde Mathilda etwas Gesellschaft leisten. Dann fühlt sie sich wenigstens nicht so einsam. Mhm. Heißt das, das wird eine Escort-Quest? Das wäre schon krass weit. Ich wollte es nicht sagen. Mit Mathilda spielen. Wo ist sie jetzt hin? Fangen sie den Hut, oder was? Ich muss jetzt bestimmt pennen jetzt. Es ist schon so spät. War da nicht gerade ein Feuer? Ja. Irgendwo da. Und dann warten wir bis Mittag. Weil es früh sind die immer noch. Ja auch. Ich muss dann sind die Luftkochen. Und das ist nicht mehr. Ich muss dann sie mich ganz interessieren. Das ist das hier.